herzlich willkommen zur neuen folge fortnight heute werde ich euch mal mit den shop zeigen gestern gab es kein shop video weil ich ziemlich früh im morgens ein arzttermin hatte und wir vielleicht der ein oder andere das kennt arzttermin 10.10 bis man da dran kommt irgendwie 11 uhr und dann dachte ich mir als ich dann zu hause war 11.30 oder so lohnt es sich nicht mein shop wieder aufzunehmen schreibt mir gerne kommentare ob ihr trotzdem gerne shop video gesehen hätte werde ich auf jeden fall dann beim nächsten mal auch so umsetzen aber ich dachte nur so die meisten gucken das ja meistens morgens und deshalb lohnt sich das ganze nicht mehr aber heute gibt es natürlich wieder ein shop video wir haben heute wieder neuen skin den straßenstürmer ich glaube davon gab es ja auch schon die weibliche variante irgendwie aus den straßenstürmer set der skin ist jetzt irgendwie nicht wirklich besonders hat irgendwie nicht wirklich besondere ja sachen irgendwie kleidungsstücke oder so sieht ganz cool aber trotzdem aus hier mit der goldenen käppie und mit dem goldenen mit dieser goldenen kapuze aber ansonsten ja nichts als besonderes auch kein backpack dementsprechend hätte ich mir den auch als grün skin gewünscht dann aber die kuschelbeauftragte und wieder auch schon seit ewigkeiten nicht mehr im shop gewesen glaube ich ist auf jeden fall irgendwie so ein skin der schon für fordner klassisch ist und ja das kind an sich sieht auch ziemlich nice aus kann man sich auf jeden fall kaufen dann die kuschel airlines ja glaube ich etwas später dazu rausgekommen sind und ich finde hier sieht der teddy richtig süß aus einfach um diesen breiten grinsen er sieht schon süß aus der gleiter ist auch wirklich winzig wenn sich das mal so anguckt ist es gerade mal so groß wie die standard gleiter macht eigentlich kaum sound dementsprechend definitiv für kauf empfehlung dann gibt es noch die kuschelkallen ziemlich leise tatsächlich auch wieder und sieht auch ganz nett aus kann man sich auf jeden fall auch kaufen und als jetzt noch die kuscheltarnung keine annäherte lackierung und jetzt auch irgendwie keine besonderen effekte oder farben dementsprechend hätte ich da keine kauf empfehlung für euch dann noch passend eben als zum teddy gibt es jetzt auch noch den schlapp aus kind was ja auch im prinzip so ein bisschen kuscheltier mäßig ist aus dem tierjacken set einmal hier mit weiß schwarzer kleidung und einmal mit der standard bläulichen hellblauen kleidung hinten als backpack dass man auch wieder in zwei verschiedenen varianten haben kann sieht ganz nett aus auf jeden fall der skin kann sich auf jeden fall kaufen der knurren den finde ich dagegen irgendwie ziemlich komisch hier das gesicht sieht immer ziemlich strange aus dementsprechend finde ich dort die weibliche version auf jeden fall besser ja aber ist jetzt auch nicht allzu schlechter skin dann gibt es dazu noch den presslufthacker nichts wirklich als besonderes ist aber jetzt auch nicht wirklich groß oder laut dementsprechend geht es auch vollkommen klar und als letzt gibt es noch das flauschzegel mit zwei verschiedenen symbolen oben drauf einmal das kaninchen symbol und einmal das runde symbol oben drauf kommen wahrscheinlich irgendwie aus den chinesischen oder so dementsprechend kann ich das nicht wirklich entziffern würde es dann stehen wird ihn wissen was das heißt ja auf jeden fall der gleiter an sich ist im prinzip ein standard gleiter etwas modifiziert weil sie dort trotzdem ganz nett eigentlich aus dann gibt es den katastrophen es gehen noch sieht ziemlich nice aus die farben gefallen auf jeden fall ist relativ dünner charakter auch wieder kann man auf jeden fall gut benutzen auch und das backpack sieht ganz nice aus kann man auf jeden fall kaufen ins kinder dann haben wir noch voll ablachen wenn man so ein modisch stört ich kann nicht sprechen wenn man so ein modisch wird dann ist es einfach komplett abfuck weil einfach diese lache so dumm ist es triggert wirklich wenn wenn jemand so ein disrespected dann noch die sonnstich spitzhacken finde ich tatsächlich ziemlich cool hier mit dem schwarzen und dem gelben ich bin das passt gut zusammen hat einen schönen kontrast gefällt mir auf jeden fall dann noch die rasende ansturm von der rasende ansturm fortbewegung simon ist glaube ich denn naruto run sieht ganz cool auf jeden fall aus alles witzige ist wenn man das immer im real game sieht dann läuft er eben halt wenn man denkt er würde schnell laufen obwohl man immer trotzdem langsamer ist als eine normale person dann gibt es noch die stachlige streiterin ist ein alter skin kann auch ich ihn verkaufen und als letztes gibt es noch den die holoscan lackierung finde ich ziemlich strange allerdings für 300 v bucks eine animierte lackierung ist auf jeden fall nicht schlecht dementsprechend kann sich das auch kaufen und effekt sie trotzdem ganz nett aus das war es mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten video ciao